Mein Tipp für dich für heute ist, übe vielfach vor einem Spiegel und zwar vor einem Spiegel, wo du dich von Kopf bis Fuß anschauen kannst. So kannst du feststellen, wirkst du entspannt oder irgendwo komplett verkrampft. Wie ist deine Körperhaltung beim Gitarre spielen? Wie schaust du aus beim Gitarre spielen? Also wie wirkst du fürs Publikum? Und überall, wo du feststellen kannst, es gefällt dir nicht so ganz, was du da siehst, kannst du dann anschließend aktiv daran arbeiten. In diesem Sinne, ab zum Spiegel, gutes Gelingen, bis morgen, deine Nicole.